Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich die Quest, die aufgezerrten. Ich zeige, wo man die Quest einnimmt und abgibt und was man dabei machen muss. Die Quest ist zu finden in Atsuna bei den Koordinaten 4916, bei dem kleinen Drachling hier auf dieser Treppe, Mana Geschöpfter Werbling nennt sich der hier. Ich nehme damit die Quest auch gleich mal an. Muss hier wie es aussieht drüber Legkristall sammeln. Einen. Und dann darf ich hier geradeaus und längst über die Brücke. Und hier müssten so kleine Drachlinge liegen. Genau! Einfach mit der rechten Maustaste anklicken. Und dadurch werden die wiederbelebt. So, drei Stück habe ich schon. Natürlich will man uns aufhalten. Aber nicht mit mir. So, den Drachling habe ich noch belebt, bevor ich angegriffen wurde. Hier bin ich schon bei Nummer 5. 5. 6. Okay. Ähm. Ja, weiß nur. Ach, das sind 3. Oder nicht. Ich bin verwirrt. Die sind anscheinend noch verpackt in der Beta. So, einen habe ich wenigstens. Ich bin wenigstens. Und dann bin ich glaube ich. Und dann schon mal. Und dann bin ich. So. Und dann bin ich ganz. Ich bin da. Ich bin da. Es bin da. Und dann bin ich da zu boge. Und dann bin ich nicht ganz. So, hoffentlich ist es jetzt genug, bin bei 7 von 10. 8 von 10, natürlich hättet noch einen Gegner, so, 9 von 10, hier fährt einer, ja ich suche einen aus, der kein Gegner ist. So, 10 von 10. Und jetzt darf ich abgeben. Wie man sieht darf ich bei Projektion von Senegos abgeben. Ich spring einfach da mal hinunter. Ich glaub das kann man mit jeder Klasse machen. So, damit wird die Quest erledigt. Abzugeben bei Senegos in Azuna bei den Koordinaten 4916. Die Folge, das ist die Projektion von Senegos. Und tschüss. Die Folge, das ist die Projektion von Senegos in Azuna bei den Koordinaten.